Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es mal um ein wirklich sehr interessantes Produkt, nämlich um eine 360 Grad Kamera. Was die alles so drauf hat, das erfahrt ihr in diesem Video. Also, los geht's! Es handelt sich hierbei um Insta360 One. Das Ganze ist eine 360 Grad Kamera mit einer 4K Auflösung und einigen praktischen Funktionen, wie zum Beispiel einen Verfolgungsmodus oder auch einen Planet Modus. Dazu aber natürlich später mehr. Außerdem bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn ihr habt die Chance, eine solche Kamera zu gewinnen. Die Kamera selbst wird dann in so einer kleinen Schutzhülle geliefert. Die hat aber auch ein paar mehr Funktionen. Klar, zum einen, sie dient als Schutz, aber auch als kleines Stativ oder auch als Safestick, um halt bessere Aufnahmen machen zu können. Unten an der Kamera befinden sich ein 1,25 Zoll Gewinde. So kann man die Kamera auch auf irgendeinem Stativ, Tri-Port, Gorilla-Port, was auch immer einfach aufschrauben. Oder man kann auch auf einige Zubehörprodukte von Insta360 zurückgreifen. Ich in meinem Fall habe das Bulletime-Bundle. Da kann man wirklich extrem coole Aufnahmen mit machen, indem man jetzt die Kamera über sich kreisen lässt. Kann in manchen Situationen auf jeden Fall wirklich sehr, sehr cool aussehen. Die Kamera wiegt knapp 90 Gramm, ist also recht leicht gehalten, um jetzt auch längere Zeit damit aus der Hand filmen zu können. Dieses größte Teil ist aus Kunststoff gefährdet. Das wirkt jetzt aber in gar keinem Fall billig oder schlecht verarbeitet, sondern wirklich sehr, sehr hochwertig. Eine 8 GB MicroSD-Karte ist bereits schon vorinstalliert, wer es aber richtig viel filmen möchte, auch in 4K und alles drum und dran, da empfiehlt es natürlich ein Upgrade durchzuführen, damit man jetzt nicht alle paar Stunden dann die Aufnahmen sichern muss. Die Insta360 One lässt sich über verschiedene Weise bedienen. Zum einen aufgesteckt aufs iPhone, dann über Bluetooth 4.0 oder auch eigenständig. Ich habe es eigentlich meistens eigenständig benutzt, da man einfach so wesentlich freier war. Denn da es hier eh keinen Autofokus gibt und immer ein 360 Grad Bild aufgenommen wird, muss man jetzt gucken, ob man jetzt gut im Bild ist und somit ist auch kein Vorschaubild notwendig. Deswegen kann man es halt wunderbar eigenständig auch benutzen und man ist eigentlich immer gut im Bild. An der Kamera selbst gibt es einen Button zur Steuerung. Hier kann man jetzt die Kamera an- oder auch ausschalten und wenn man einmal drückt, wird ein Foto gemacht. Wenn man zweimal drückt, wird ein Video gemacht. Und bei dreimal drücken wird in meinem Fall ein Bullet Time Video gemacht, also dass ich die Kamera über mich kreisen lassen kann. Das lässt sich natürlich auch alles in der App einstellen, denn die benötigt man nämlich, um mit der Kamera agieren zu können. Kurz vorweg aber noch ein paar technische Daten. Die Insta360 One hat zwei Kameras mit je 180 Grad Blickwinkeln. Die Auflösung beträgt 6912 x 3456 Pixel und das bei einer 2,2er Blende. Bei einer 4K-Aufnahme kann man übrigens mit 30 FPS filmen und bei 1280p auch mit 60 FPS. Was für einige auf jeden Fall auch sehr interessant sein könnte, die Rohdaten der Bilder und Videos lassen sich auch separat sichern, sodass man die jetzt auch in Grafikprogrammen nochmal deutlich aufwerten kann. Die Qualität der Videos ist, wie man es jetzt von 360-Grad-Kameras kennt, nicht super scharf. Trotzdem macht die Kamera in meinen Augen einen wirklich guten Job. Wer jetzt in starker Sonne filmt, sieht allerdings den Übergang der beiden Kameras. Das hat mich persönlich so ein bisschen gestört. Allerdings scheint es mir auch irgendwie so, dass die Qualität der Videos darunter leidet, nachdem man sie exportiert hat. Ich hoffe, das wird nochmal per Update gefixt. Ansonsten macht die Kamera bildtechnisch auf jeden Fall einen wirklich sehr, sehr guten Job. Kommen wir als nächstes zur App und diese ist in einige Teilbereiche untergliedert. Hier hat man zuerst den Sozialen Reiter. Da sind jetzt die ganzen Videos und Filme von anderen Insta360-Nutzern, die sie jetzt hochgeladen haben über deren Account. Man kann die Kamera aber auch komplett ohne einen Account benutzen. Dann hat man das Wichtigste natürlich das eigene Album, wo die ganzen Videos verfügbar sind und noch ein Live-Bild bei angeschlossener Kamera. Die aufgenommenen Bilder und Videos kann man im Übrigen auch noch bearbeiten. So kann man zum Beispiel die Perspektive ändern oder auch einstellen, ob ein Objekt getrackt werden soll und somit sich halt immer in der Bildmitte befindet. Oder man kann bestimmte Punkte ausführen, auf die die Sicht innerhalb des Videos gerichtet werden soll. Macht auf jeden Fall wirklich Spaß, mit der Software so ein bisschen rumzuspielen. Außerdem kann man jetzt auch noch Filter und so weiter hinzufügen, damit man jetzt einen gewissen Look hat. Wenn alles fertig ist, kann man das Video dann auch direkt in den sozialen Medien teilen oder auch exportieren. Man kann hier auch noch das Format auswählen, ob 16 zu 9, 9 zu 16, also Hochformat. Und ob man jetzt ein volles 360-Grad-Video haben möchte oder halt auch ein 2D-Video. Das lässt sich halt alles manuell einstellen. Sehr cool ist auf jeden Fall auch die Livestream-Funktion. Denn in den 63 Grad kann man das Ganze jetzt hier auch bei Facebook direkt starten. Und der User kann sich das dann am Smartphone direkt angucken. Und indem man das Smartphone bewegt, bewegt sich dann je nachdem auch das Bild, was man halt anschauen kann. Wirklich sehr, sehr praktisch finde ich die Tutorial-Seite dieser App. Denn hier hat man wirklich noch einige sehr praktische Tipps, um jetzt die Videos zu verbessern, bestimmte Videos zu erstellen oder halt den generellen Umgang mit der Kamera. Nun sind wir auch schon wieder beim Fazit des Videos angekommen. Mit der Insta360 macht es wirklich Spaß, Videos aufzunehmen. Gerade durch die ganzen unterschiedlichen Funktionen oder auch die Nachbereitung in der App kann man wirklich einiges aus der Kamera heraus holen. Die Kamera selbst kostet derzeit 325 Euro beim Mediamarkt. Den Link finden Sie unten in der Videobeschreibung. Ist natürlich schon ein happiger Preis, aber der Käufer bekommt auch eine wirklich sehr solide Kamera mit einer zudem sehr simplen Handhabung und auch mit einer angemessenen Bild- und Videoqualität. Gestört hat mich etwas der Ton, denn hier hat man ein ganz leichtes Rauschen und auch Windgeräusche werden jetzt nicht herausgefiltert. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr Spaß gemacht, damit Videos aufzunehmen. Und ich denke, für euch könnte es ebenfalls so sein. Denn einer von euch oder eine von euch hat die Möglichkeit, eine solche Insta360 One zu gewinnen. Was müsst ihr dazu machen, um das Ganze gewinnen zu können? Ihr müsst zum einen den Kanal abonnieren und dann einfach an den Kommentar schreiben unter dieses Video, welche Aufnahmen ihr damit machen möchtet oder warum ihr gerne diese Kamera gewinnen möchtet. Denkt euch da einfach irgendwas Kreatives aus und per das Zufallsprinzip wird dann ein Gewinner oder eine Gewinnerin gezogen. Alle weiteren Infos zum Gewinnspiel findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank auch nochmal an Insta360, die das halt auch ermöglicht haben. Das war es dann auch schon wieder von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, gebt gerne einen Daumen nach oben und abonniert unten diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.